Musik Einen Mix aus Sonne und Wolken gibt es morgen Vormittag in der Region Neckaralp. Bis in den Nachmittag hinein ist es dabei mehrheitlich bewölkt, gegen Abend kommt dann die Sonne etwas mehr zum Vorschein. Das Ganze bei Temperaturen zwischen 18 und 26 Grad. In der Nacht kann es zu leichten Regenschauern kommen, ansonsten ist es bei Tiefstwerten von 18 Grad neblig. Wärmer und vor allem sonniger wird es am Freitag. Bei Höchstwerten von 29 Grad ist es nur am Vormittag neblig und leicht bewölkt, ab der Mittagszeit scheint fast durchgehend die Sonne. Ganz im Zeichen des Sommers steht auch das Wochenende. An beiden Tagen wechseln sich Sonne und Wolken ab, wobei die Sonne leichte Vorteile hat. Das Ganze bei Spitzenwerten von 30 Grad. Musik Das Ganze bei Spitzenwerten von 30 Grad. Musik Musik Musik